hallo und herzlich willkommen ist wieder euer gamer im ls 22 auf der nordfriesen marsch natürlich mein single player er ist hier angekommen hat aber wieder nicht abgeladen das ist das was ich nicht verstehe und ja dann müssen wir halt sehen dass wir das ding da irgendwie abladen wieder das ist schon ehrlich gesagt also kann ich nicht nachvollziehen aber na ja was will man machen so dann haben wir dann wieder dahin fahren hoffe ja dass der dann das jetzt wieder aufnimmt alleine also das ist schon irgendwie bild komisch da obwohl ich das da drin habe oder ich habe noch immer noch was falsch gemacht aber naja kann man nichts machen ist so wie sieht es bei dir also du bist ja schon da aber mit ihr warten wir mal noch genau so viel ja du musst hier auf alle fälle noch ein bisschen was machen hinter man ja theoretisch schon noch mal den hier weg bringen aufräumen hier schon noch mal in der zeit weil da ja nichts geht glaube ich hatte doch hier auch irgendwo da ja noch ein bisschen wie wird es jetzt hier richten umgehen lassen obwohl das ist doch eigentlich wenn ich das wenn man ja ja ich weiß halt nicht welchen welchen wir nehmen hier für na das auch schon für essen und sowas wir lassen dass wir erst mal hier an den hänger dran und wo dann dafür aus gehen zum immer als oder stroh zu sammeln hier stehen dann dich hier wenn wir ja eigentlich weg bringen weil ist ja auch schon fertig ich hänge mal wieder an deinen alten normalen trailer dran und da steht ja gar nicht hier kann ich mal anders sein aber das geht das Problem gehen wir erst mal hier rein wo die Sinn gehört ein Parkplatz da müsste man auch noch mal äh was irgendwie einfahren machen da müsste man auch noch mal äh was irgendwie einfahren so deiner war natürlich der anhänger der andere war ja mit dran und dann warum muss ich da leicht in stellen muss ich sind gehört und dann passt das auch da stehst du auch richtig aufgeräumt wieder an den hrn und dann passt das auch wieder an den hrn und dann passt das auch wieder an den hrn und dann passt das auch wieder an den hrn dann stehst du auch richtig aufgeräumt wieder ein und stellen dich da hin so die stimmen auch weg auch alles aufgeräumt und da brauchen wir nämlich gar nicht wo ist da hinterher rennen das machen so die stimmung wieder hier rein das passt dann stellen wir dich auch wieder weg b Untertitelung des ZDF, 2020 So Er bleibt da, das passt Er lebt noch nicht Er fährt hier wieder Kringel, warum auch immer Ah ja, das hat irgendwie keinen Wert hier Das müssen wir doch wirklich Gerade eigentlich So funktioniert, wie ich mir das vorstelle Eigentlich schade Ist halt so, ändern kann man es halt nicht Ja, dann machen wir das halt selber Aber fahren lassen kann ich nicht schon nochmal Das ist ja schon mal die Hauptsache Ich habe gesagt, da lädt das alles auf Das ist eigentlich Hauptsache, da nimmt alles mit Da geht es auch ein bisschen schneller Da dauert es nicht allzu lange Ich habe das nicht selber Aber ja und den doch mitgenommen das passt wenn du mal so passt es auch umgezogen leidler schule ab und es ist halt immer so ein ding da mit den beiden sammeln aber naja das will man machen jedenfalls hoffe ich einmal dass wir hier ein bisschen geld verdienen normalerweise schon und müssen halt sehen dass wir nach dem feld zu legen uns ja passen hier ist nichts mehr und wenn man dahinter fahren das auch fertig kriegen so so dann warten wir mal hier bis das soweit so viel hat er ja nicht mehr zu pressen also von daher würde das schon passen jetzt auch bald fertig ja was anders gibt es glaube ich gerade auch nicht zu tun oder schauen wir mal aber noch was haben weil meine älter sind auch noch nicht erntereif aber hier kann ich wieder ein bisschen was dazu aber das passt so wie sieht es aus jetzt hier nochmal und was ist das lavendel ja genau lavendel wann ist der bereit zum ernten lavendel wo bist im juli ist der erst bereit okay wenn du im juli was haben wir da grün das ist noch nicht würdest du da auch noch gar nicht sein denke ich mal das ist das ist die mega boden ja ist klar lavendel das hier müsste absteiner wendel und raps ja wendel und raps ja haben wir weizen jetzt wenn das und man noch nicht noch mal viel das ist krass im juli alles im juli damit zu tun haben wir echt zu tun dass wir das alles schaffen aber vielleicht gibt es hier rocken kann man schon ernten wie ist alles noch in wachstum muss noch mal schauen was geht mich das jetzt hier kosten 600.000 ok so die sieben 300.000 300.000 800 wäre 100.000 200.000 haben wir 100.000 jetzt drauf was ist da drauf das baumwolle irgendwo der kinder mani machen in der mann das ja auch wann man überhaupt bereit baumwolle wo stehst du wobei erst ewig dauern müssten wir mal sehen was wir da machen irgendwie und dann über überlegen sonst noch wir tun erst mal das feld machen und das andere und dann schauen wir mal wir müssen sehen dass wir hier ein bisschen was verdienen ganz schön zu tun ja so und du kannst dann jetzt schon nochmal abfahren ja dann müssen wir mal sehen wir was machen ja die felder geld hätten wir ja geld also normal hätten wir sie kaufen aber das eine ist noch nicht angesehen und das andere ist noch nicht fertig was haben wir denn hier blumen oder ja so ein blumen dann blumen wären auch erst im oktober fertig was würde mich das kostet 218 so ja müssten wir mal ja wie auch immer vielen dank dass ihr mit dabei wart wieder und ich hoffe es hat euch gefallen und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ja 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 Vielen Dank.